In diesem Video werden wir darüber sprechen, wie man die richtige Durchflussmessung für unsere Bewässerungsanlage durchführt. Hallo, ich bin Federico von tutoirrigatione.it und ich erkläre Ihnen, wie Sie die Messung des Durchflusses für die Bewässerungsanlage durchführen können. Um diese Messung durchzuführen, ist eines der einfachsten und empfohlenen Systeme die Verwendung von leicht verfügbaren Materialien und Komponenten. Um meine Aufgabe zu erfüllen, werde ich einen Eimer mit Fassungsvermögen von 5, 10 und 15 Litern benötigen. Außerdem werde ich eine Stoppuhr, einen Timer und ein Manometer verwenden. Dann muss ich alles mit einem Ventil oder einem Hahn verbinden und zusammenfügen. Mit diesem Kit kann ich die erforderliche Messung durchführen, um den genauen Umfang unseres Bewässerungsprojekts präzise festzulegen. Also ist dieser Gang ein dynamischer Gang. Was ist als nächstes zu tun? Man nimmt das Kit, schließt es an die Wasserquelle an der Wasserstelle an, um die Messung realistisch zu machen und unnötigen Druckverlust zu vermeiden. Es ist wichtig, den Druckverlust zu minimieren. Nachdem ich das Kit erfolgreich angeschlossen habe, werde ich den Hauptwasserhahn und den Hahn unseres Kits vorsichtig öffnen. Während des Wartens auf die Regulierung des Wassers, ca. 30 Sekunden, werde ich feststellen, dass bei vollem Wasserhahn der Druck auf Null sein wird. Nach etwa einer halben Minute kann ich damit beginnen, den Wasserhahn unseres Kits zu schließen. Ich werde die Änderung des Drucks in unserem Manometer bemerken. Welchen Druck können wir testen? Wenn wir mit einer Bewässerungsanlage, mit statischen Sprinklern oder mit einer Wasserleitung arbeiten, liegt der Prüfdruck bei etwa 2 bis 2,5 Bar. Wenn ich anfange zu einem Pferd von 2 bis 1,5 zu gehen, muss ich mehr Druck ausüben, dann kann ich zu 3 und 1,2 Bar, 4 Bar, 4 und 1,2 Bar gehen. Zurück zu unserem Beispiel mit Leitungswasser stelle ich das Manometer auf einen Druck von 2,5 Bar ein. Nachdem ich den Manometer auf einen Druck von 2,5 Bar gebracht habe, werde ich den Wasserhahn allmählich schließen und einen kurzen Moment warten, um den Wasserfluss zu stabilisieren. Sobald es stabilisiert ist, werde ich mit der Stoppuhr und dem Eimer die Messung durchführen. Wie? Ich werde unseren Eimer nehmen, ihn unter den Wasserhahn stellen und gleichzeitig unseren Timer starten. Ich werde die benötigte Zeit für die vollständige Befüllung einhalten, sobald die 10 Liter gefüllt sind, stoppe ich die Messung. Ich werde das Wetter überprüfen und Berechnungen anstellen. Für die Durchschnittsplanung werden normalerweise Liter pro Minute verwendet. Wenn ich also 10 Liter in 30 Sekunden füllen muss und eine Minute aus 60 Sekunden besteht, reichen 30 Sekunden für 2 aus und ich habe die Minute und den Durchfluss, da ich 10 Liter für 2 machen werde, habe ich also 20 Liter pro Minute. Diese Information ist für eine korrekte Planung Ihrer Bewässerungsanlage von entscheidender Bedeutung. Ich schicke Ihnen hier unten einen Link, damit Sie auch Designoptionen als Dienstleistungen erhalten können. An diesem Punkt haben Sie eine wichtige Basis, um Ihre Bewässerungsanlage ordnungsgemäß zu starten und am Ende Ihrer Arbeit keine unangenehmen Überraschungen zu erleben. Es ist uns passiert, dieses Problem genau lösen zu müssen, nämlich nicht überprüft zu haben, wie viel tatsächliche Kapazität unsere Wasserquelle hatte. Selbst Experten mit geringem Kapital können, und ich möchte Sie daran erinnern, sich für unseren Kanal anzumelden und die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren, um immer über unsere Videos informiert zu bleiben. Ich hoffe, es konnte Dir helfen. Schreib mir hier in den Kommentaren, wenn Du mehr Infos brauchst. Tschüss, bis bald!